Ja, moin! Und willkommen zurück zu Yo-Kai Watch. Wir wollen uns heute hier im Crema-Viertel ein paar weitere Quests anschauen. Krass, Alter. Mächtige Medizin. Läuft bei uns! Und apropos Quests, hier in der Münzwäscherei gibt es zwei Stück. Und wir schauen uns direkt mal die Wanderkapper-Quests an. Ähm, Hilfe! Was? Was ist los mit Wanderkapper? Es ist mir so peinlich. Besteht die Chance, dass du mir nochmal hilfst? Hilfe nur! Lass mich raten. Du hast deine Flasche schon wieder verloren. Ähm, nein. Jetzt habe ich mein Mittagessen verloren. Ich bin ja so hungrig. Oh weh. Hast du eine Ahnung, wo es sein könnte? Naja, ich habe mich im Wellenkamp-Park mit Delfinen unterhalten. Danach bin ich an ein paar Gebäuden vorbeigelaufen. Und dann habe ich mit Sicherheit den Fluss überquert. Ich bin das Fluss über in der Nähe der Brücke hochgelaufen. Bis hierhin. Bist du sicher? Ganz sicher? Hundertprozentig sicher? Ja, ganz sicher. Hundertprozentig sicher. Tendo 1000 Millionen. Oder vielleicht nicht ganz. Hm, na gut. Wir werden dann vielleicht auch nicht so ganz genau suchen. Toll. Falls ihr es findet, dann koche ich euch ein ganz, ganz leckeres Essen. Meine hausgemachten, eingelegten Gürkchen sind das Beste. Gürkchen, sagst du? Wir sind dabei? Alles klar. Äh, wo sollen wir denn mit dem Suchen anfangen, bitte? Ich bin so vergesslich. Kaum zu glauben, dass es mir wieder passiert ist. Wo war ich denn überall? Am Flussufer im Krämerviertel. Am hohen Gebäude in der Innenstadt. Und er war im Wellenkamp-Park. Okay, das heißt, wir haben drei Spots, ja. Wir haben erstmal den Fluss hier im Krämerviertel. Da werden wir erstmal nachschauen. Also ich denke mal, es wird drei Spots geben. Da sind Items versteckt. Und wenn wir halt das richtige, ja, Örtchen finden, den richtigen Spot finden, dann finden wir auch das Item, was Wanderkapper will. Und zwar das Essen. Das ist erstmal ein Fluchthelferlein. Das ist natürlich nice HD, aber brauchen wir nicht. Äh, Wanderkapper, ich hab dein Essen gefunden. Lol. Kaputter Eimer. Okay, das ist auf jeden Fall nicht, was Wanderkapper hier verloren hat. Oder, er hat's verloren, aber es ist nicht das, was er unbedingt will. Ein schmutziger Eimer. Ja, Wanderkappers Mittagessen ist nicht hier. Suchen wir weiter. Gut, als nächstes gäbe es ja noch den Büroturm. Ich denke jedenfalls, dass der Büroturm gemeint ist, weil das nämlich das höchste Gebäude in der Innenstadt ist. Und dementsprechend sollten wir da auch eigentlich fündig werden. Die Frage ist, ist dort das Mittagessen? Ja. Höchstwahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich wird es so sein, dass das Essen beim Wellenkamppark ist. 100 pro. Aber wir gucken erstmal hier vorbei. Eine Plastikflasche. Feinster Flaschenpfand. Eine Wasserflasche. Nein, keine Spur von Wanderkappers Mittagessen. Wir müssen Wanderers nachsehen. Gut, ich hoffe, es gibt hier auch pro Spot nur ein einziges Item, damit wir auch nicht irgendwie tausend Items finden müssen, die falsch sind an einem und denselben Ort. Sondern, dass es halt auch echt nur ein Item pro Spot gibt, damit wir auch relativ schnell hier fertig werden, ja. Wisst ihr Bescheid. Alter, eh, schon drei Fluchthelfer-Lines. Läuft bei uns. So, aber ich denke... Aha, guck mal an. Zerflattetes Magazin. Okay. Oh, das schon wieder. Wanderkappers Mittagessen ist unauffindbar. Ich denke, wir könnten nochmal mit Wanderkapper sprechen. Ich glaube, ich habe ein Déjà-vu. Oh, nein, ey. Das heißt, wir müssen wieder tausendmal mit ihm sprechen, hin- und zurücklaufen, und dann so nach zehn Jahren haben wir dann das Mittagessen gefunden, was schon längst kalt und verschimmelt ist. Weil er es nämlich vor zehn Jahren verloren hat. Wow. Aber egal, wir porten uns nach zum Crema-Viertel, weil ich glaube, das spart ein bisschen was an Zeit, als wenn wir jetzt mit dem Fahrrad hochfahren. Aber bitte, Wanderkapper, mach jetzt mal keine Hada-Cats. Mach mal... Mach mal jetzt keine Faxen. Jetzt sieh zu, dass du dich an den Spot erinnerst. Kann doch nicht sein, ey. Er würde seinen Kopf verliehen, wäre er nicht angenäht. Und das ist schon traurig. Ich glaube, selbst dann würde er seinen Kopf verliehen. Du könntest nach Hogwarts gehen und dich als Geist einschreiben, und zwar der halbkopflose Wanderkapper. Oh, du Sau. Hast du mal Mittagessen gefunden? Was? Du konntest es nicht finden? Du hast Wanderkappers ein verlorenes eigenes Getum überreicht. Danke. Ja, das sind meine Sachen. Guck mich nicht so an. Hey, du verdienst es, so angeguckt zu werden? So wie wir gucken möchten? Äh, keine Sorge. Wir sind dir nicht böse. Sag uns nur, wo du gewesen bist. Im Wellenkamp-Park. Ich habe mich bei der Seemauer im Wellenkamp-Park ausgeruht. Und ich habe es wahrscheinlich dort vergessen. Ich denke, wir sollten doch mal genau nachschauen. Gedulde dich bitte. Wir werden es finden. Großes Ehrenwort. Danke. Ihr habt wirklich was gut bei mir. Ja, dann auch hoffentlich mehr als nur ein paar vergimmelte... Vergimmelt? Verschimmelte? Vergammelte? Seegürkchen, die du dann irgendwie aus einer... Weiß ich nicht. Kennt ihr diese... Kennt ihr diese, äh... Seegürkchen aus diesem... Ja, nicht Fass. Es gibt ja auch diese, diese, diese Seegürkchen-Fässer, aber es gibt auch diese eingelegten, äh... Gläschen, wo es halt die Seegürkchen gibt. Ich habe seit, oder witz, ich habe seit Silvester solch ein Glas bei mir im Kühlschrank rumstehen und da denke mir so... Ich glaube, da sollte ich jetzt nicht mehr dran gehen, oder? Ich meine, klar, vielleicht so eingelegte Seegürkchen halten sich ja, weil die halt in Wasser eingelegt sind und, äh... Ich glaube, dieses Wasser ist etwas gesäuert, damit das halt auch nicht so... Damit der pH-Wert nicht so neutral ist, damit die ganzen Bakterien absterben und so, aber... Essen wollen würde ich es trotzdem nicht. Jetzt mal ganz ehrlich. So, also, ich denke mal, das ist die Seemauer und hier hat er sich irgendwo ausgeruht. Aber hier ist keine Spur von einem Mittagessen. Na, aber was meint ihr, wenn dieses Glas schon seit... ...fünf Monaten geöffnet ist, darf man es da noch... Also, darf man die Gürkchen noch essen? Ist das... ...vertretbar, moralisch? Ich weiß es nicht. Ich kann es mir nämlich nicht gut vorstellen. Also, ich denke mir, okay, wenn ich das Gläschen aufmache, fängt es mega an zu stinken. Ah! Das wäre mir nicht mal eine Bestrafung wert, dieses... dieses Gürkchenwasser zu trinken, ey. Was ist passiert? Keine Ahnung. Wie viele besilte Leute es hier einfach gibt. Heilige Scheiße. Ähm. Hallo, Wanderkapper. Willst du uns verarschen? Such bei der Seemauer im Wellenkamp-Park nach Wanderkappers Mittagessen. Ja, Jungs. Was für eine Seemauer. Es gibt zwei Seemauern. Ich war an beiden und nirgendwo hier ist was. Oder muss ich mit Lungerhai sprechen, weil er das Essen hat. Ja, doch, weil das hier als Quest gekennzeichnet ist. Natürlich! Natürlich wird Lungerhai, äh, ordentlich zugelangt haben. Der alte Vegetarier. Ich hoffe, der hält uns jetzt hier keinen Vortrag von wegen Vegetarismus oder so. Ah, jam, jam, jam. Das ist so lecker. Ich bin Vegetarier. Ich hab nichts als Blätter in der Fresse. Hey, das ist Wanderkappers Mittagessen. Du kannst nicht einfach das Mittagessen von jemand anderem essen. Offensichtlich kann ich das. Halt dich da raus. Du bist ein Naseweiß und störst mich beim Essen. Das wirst du büßen. Oh, diese Stimme killt mich. Wow. Heilige Scheiße. Wobei es auch Zeiten gab, da hab ich im Let's Play irgendwie übelst oft rumgehustet. Kann das sein? Wenn ich mich an Anfang diesen Jahres erinnere oder auch schon nach der Gamescom. Ich hatte irgendwie von August bis irgendwie März ständig so ein Reizhusten gehabt. Dass ich halt jedes Mal nach dem Sprechen gehustet habe oder nachdem ich irgendeine hohe Stimme gesprochen habe oder... Gut, das hier war jetzt eine Ausnahme, weil mein Hals auch ein bisschen trocken ist, aber... Wow. Mir ist aufgefallen, dass ich schon sehr lange keine Reizhusten mehr im Let's Play habe. Oh nein, Wanderkappers Mittagessen ist verschwunden. Vielleicht können wir ihm im Gemüseladen ein paar Gurken besorgen. Wanderkappa wird die bestimmt lieben. Zumindest hoffe ich das. Wie viele Gurken haben wir denn? Gerade auf trocken. Gar keine. Sieben Stück. Ich denke mal, sieben sollten ausreichen. Wir müssen jetzt keine neuen kaufen. Und wenn wir dann irgendwie zehn brauchen, dann kaufen wir halt eben welche nach, weil die Dinger sind sehr günstig. Die kosten eigentlich gar nichts. Und deswegen Gönnung. Nee, aber... Ich habe das Gefühl, dass mir meine Grippe, die ich hatte im März, kurz nachdem ich in Hamburg war, ich glaube, dass mir die Grippe geholfen hat, diesen Hustenreiz zu verlieren. Gut, ich glaube, es hat eher so an den Medikamenten gelegen, die ich mir geballert habe. Ich habe mir ordentlich Hustensaft gegönnt. Spitzwegerich. Bester Hustensaft ever, Alter. Grüße gehen raus. Und ansonsten... Ich glaube, der Hustensaft hat echt dabei geholfen, dass dieser Hustenreiz gestillt worden ist. Und jetzt huste ich schon seit März in meinem Let's Place kaum noch. Krass, Alter. Das soll man mal bitte hier nachmachen. Kommt selbst erst mal mit einem Reizhusten klar und dann weiß er nicht. Verliert den erst mal. So. Leider sieht es so aus, als habe Wanderkappas Essen den Besitzer gewechselt. Besorgen wir ihm stattdessen ein paar Gurken. Ja. Hallo. Hast du mal Mittagessen gefunden? Es tut mir leid, dir das sagen zu müssen. das Lungehaie es aufgegessen hat. Nein, nein, nein. Gar nicht nett. Das stimmt, aber wir haben dir Gurken mitgebracht, denn wir sind nett. Iss sie bitte. Ich denke, du wirst dich danach besser fühlen. Äh, Gurke überreichte. Wie viele Gurken wollte er jetzt haben? Eine einzige? Ah, ich fühle mich wieder lebendig. Gurken sind das Beste. Aber ehrlich gesagt, mag ich Suchi noch viel lieber. Äh, aber Gurken sind mehr als köstlich. Wirklich, wirklich, ja. Ich hätte nie gedacht, dass Lungehaie dein Mittagessen essen würde. Ihr hättet ihn durch nichts aufhalten können. Was für ein Yokai ist denn bitte das Mittagessen eines anderen Yokai? Ja, ich wette, die selbst eingelegten Gurken waren besonders lecker. Super lecker. Ich gebe euch welche ab, wenn ihr mich das nächste Mal trefft und wenn ihr mir das nächste Mal helft. Klingt perfekt. Moment, willst du etwa noch mehr Zeug verlieren? Hör bloß auf damit. Ich werde versuchen vorsichtiger zu sein. Wollte er uns nicht jetzt mit diesen Gurken belohnen? Also, ganz ehrlich, dass der, dass er das jedes Mal aufschiebt, das kotzt mich richtig an. So ein Schwein. Naja. So kennen wir halt den guten Wanderkapper, ne? Mhm. Und jetzt würde ich sagen, machen wir direkt die nächste Quest. Ja, ich habe es nicht vergessen, dass Drucky hier steht. Ja, moin. Und die nächste Quest ist direkt einen Meter weiter. Sag mal, hast du vielleicht kurz Zeit für mich? Wir werden neuerdings von vielen fiesen Streunerkatzen geplagt. Sie stehlen Lebensmittel und zerstören unsere Beete. Sie sind furchtbar. Ich möchte ihnen eine Lektion erteilen. Denkst du, du könntest mir helfen? Ich dachte erst mal, sie meinte, die Beete wären fruchtbar, aber dann sind sie halt furchtbar. Na gut. Soweit ich weiß, befinden sich fünf der fiesen Katzen in der nahen Umgebung. Der Nachteil an der ganzen Sache ist, dass du diese nur nachts finden kannst. Das ist nicht schlimm. Gehen wir heute Nacht im Kräferviertel auf Streife. Große Bosskatze. Okay. Und wenn wir diese Katze zum Kotzen bringen, ist es dann die große Bosskotze? Sollen wir die paar Minuten jetzt abwarten oder ich weiß nicht. Ich wette mit euch, es lohnt sich jetzt null schlafen zu gehen, weil ganz ehrlich, es ist ja voll dumm. Jetzt geht Nathan für ein paar Minuten schlafen, steht wieder auf, denkt sich so, ja geil, hat voll was gebracht, Alter, das ist Powernapping, sein Vater, lol. Ja, aber vom Feinsten, das kannst du mir mal glauben, Nathan, aber machen wir es mal trotzdem. Gönnen wir uns trotzdem mal den Schlaf bis zur Nacht. Also dann, Mama, Papa, bis in ein paar Minuten. Tschüss. Ach, die Eltern müssen sich auch denken, Alter, ist der irgendwie behindert? Der stellt sich einen Wecker für 20 Uhr, es ist gerade 19.55 Uhr, ja, ich gehe mal für 5 Minuten schlafen, okay, ist das in Ordnung, Mama? Äh, ja, kein Problem, ja, hallo. Ich meine, der Gedanke an sich ist ja schon irgendwie strange, ne, aber, aber gut. YOLO HD. So, 5 Katzen waren das, ja, äh, okay. Die Frage ist, was sollen wir mit den anstellen, irgendwie verscheuchen oder töten? Ach du Kacke. Ja, moin. Sieht aus, als hätten wir sie vertrieben. Es sollten noch mehr böse Katzen in der Nachbarschaft sein, finden wir sie. Die werden aber, doch, die werden gekennzeichnet auf der Karte. Sehr löblich. Ich meine, die eine Katze gerade eben, die wir verscheucht haben, die hatte auch, ähm, eine, ähm, Anzeige gehabt, eine Quest-Anzeige. Und das übliche Quest-Symbol, deswegen, ja, passt das. Dann gab es hier nördlich noch eine Katze, ach, direkt hier, okay. Die nächste ist weg. Das müssten jetzt schon drei gewesen sein und die anderen zwei sind direkt südlich. Eine direkt hier am Zasterweg beziehungsweise an der Schattenstraße. Ja, ja, ui, das klingt so cool. Ja. Und die andere ist im Wohnviertel. Ah, ich freue mich schon so richtig auf die Waldesruh-Wohnsiedlung, ohne Witz, ne? die ganzen Quests, die ich hier annehmen muss. Ach, wird das cool. Ach, ist das schön. Und gut, dass wir hier Portal-Lex gefunden haben. Wie konnte ich den bitte übersehen beim letzten Mal, als ich hier war? Keine Ahnung. Ja, miaui, eine Katze. Oh, wir haben alle fünf Katzen gefunden. Die haben sich so seltsam verhalten. Ich bin davon überzeugt, dass es hier auch irgendwo eine Bosskatze gibt. Die Münzwäscherei glich schon eher einem Schlachtfeld. Und ich habe doch definitiv eine Yo-Kai-Aura gespürt. Sehen wir uns da mal um? Also wenn es hier um Katzen-Yo-Kai geht, ja? Wer soll das sein? Ich meine, es muss doch irgendein Shibanyan-Verschnitt sein. Es muss irgendeine Katze sein. Und mir fallen halt nur wenige Yo-Kai ein, die Katzen-Yo-Kai sind und die etwas mit Shibanyan zu tun haben. Also es könnten halt irgendwelche Shibanyan Fusions-Yo-Kai sein. Also irgendwelche Yo-Kai, die sich mit Shibanyan fusioniert haben. Aber welches genau? Gucken wir mal kurz. Jedenfalls rastet hier gerade eine Katze aus. Und wenn es am Ende vielleicht doch Shibanyan ist, dann äh... Ja, moin! Wer ist es? Wer ist es? Sushi-Yama? Du bist doch keine Katze. Du bist doch keine Katze. Mach dich weg. Wer ist das denn? Ist das Shibanyan? Wer ist das? Grubinyan? Es ist Grubinyan. Genau. Ja. Sage ich doch. Irgendeine Fusion von Shibanyan und irgendeinem anderen Yo-Kai. Was ist denn mit euch los? Ihr seid diejenigen, die meine kleinen Freunde herumjagen. Stimmt's? Wir enthalten ihr euch. Legt ihr es auf einen Kampf mit Grubinyan an? Es gibt nur eine Weise, das zu regeln und die lautet Straßenschlacht. Straßenschlacht? Wie bitte? Ah, ah, ah! Okay. Okay. Zwei Shibanyans. Ja, moin! Und jetzt werden sie von ihrem Idol geklatscht. Und zwar Shogunyan. Moinsen. Also das hätte man sich auch irgendwie denken können, oder? Ohne groß nachzudenken. Katzen-Yokai, hä? Es gibt ja keine anderen Katzen-Yokai außer die ganzen Njans. Aber okay. Komisches Gerede. Mit wem wollen wir abrollen? Was sollte das denn? Ich hoffe, diese Katze erholt sich wieder. Aber so oder so sprechen wir morgen früh mit der Frau. Mhm. Mhm. Werden wir tun. Ich frage es jetzt, welcher Teleporter ist der schnellste? Ich glaube sogar echt, dass der Teleporter in der Waldesro-Wohn-Siedlung der schnellste sein könnte, weil hier müssen wir erstmal in ein Gebäude reinlaufen und so. Ah, kritisch. Aber wisst ihr was? Ich mach's trotzdem. Aber ansonsten, wenn man so richtig zentral in dem Krämerviertel spawnen will, nimmt man einfach den Portal-Ex-Spot an der Waldesro-Wohn-Siedlung so. Aber okay. Aber habe ich gerade richtig gesehen oder gab es nachts keine Quests im Krämerviertel? Fände ich an sich ziemlich cool, weil da würde ich mir die Quests bei Nacht ersparen. Ich meine, so oder so haben wir hier noch sehr viel zu tun. In die OK-Watch, es gibt noch so viele Quests. Also, selbst wenn wir das Krämerviertel im nächsten oder übernächsten Part abschließen, was unwahrscheinlich ist, weil wir haben hier halt noch sehr viel Action. Ich wette, hier in der Waldesro-Wohn-Siedlung gibt es mindestens noch 1, 2, 3 Quests. Ja, und da ist das Ding, dass wir da erstmal natürlich in die ganzen Wohnungen steppen müssen. Und selbst wenn wir hier mit dem Krämerviertel durch sind, es fehlt noch die Innenstadt, die geschafft werden muss, was die Quests angeht. Schwalbing fehlt noch. Und dann fehlt sowieso noch die Kanalisation, wisst ihr? Und die müssen wir auch erstmal shuttlen. Unglaublich, du hast alle Katzen verjagt. Sogar den Rudelführer. Meinst du, wir können endlich wieder in Frieden leben? Vielen Dank. Kein Problem. Für Grobierdien doch gerne für die Klicks. Ja, den haben wir echt für die Klicks missbraucht. Die alte Sau. Gut, und ich würde sagen, wir beenden jetzt auch den Part. Wir gehen jetzt nicht zum Jokamaten, wir könnten es machen. Ich laufe aber schon mal zum Jokamaten hin. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir hoffentlich Tristine, äh, nicht Tristine, bitte nicht die, äh, Tante Herzi aus den Jokamaten ziehen. Ach, wäre das geil. Na gut. Macht's gut, haut rein und ciao. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und wenn ihr mehr von Yo-Kai Watch sehen wollt und ihr habt diesen Kanal bisher noch nicht abonniert, dann macht das, damit ihr nichts mehr von Yo-Kai Watch verpasst. Yo-Kai Watch